Leergeräumte Wohnungen, buntbemalte Fensterläden und ein großflächiges Graffiti. Dahinter verbirgt sich eine Aktion der Baugenossenschaft Hegau in Singen. Ein Abbruchwohnblock mit 36 Wohnungen steht Kunstschaffenden vier Wochen lang zur freien Verfügung. Meine ersten Eindrücke bekam ich dieser Tage in Haus Nummer 9. Sabine hat sich gleich für zwei Räume beworben und ist bereits fleißig am Werk. Also ich arbeite hauptsächlich mit Acrylfarben, mit Pinseln oder jetzt hier bei großen Flächen mit der Rolle, damit es einfach schneller geht und ins Detail dann mit feinen Pinseln und wie es sich ergibt einfach. In der Nachbarwohnung ist Silke an ihrem Werk zu Gange. Und was wie Renovierungsarbeiten ausschaut, ist bereits Teil des Kunstwerkes. Ja, also die Tapete musste runter, weil ich ziemlich sicher bin bei allem, was auf die Tapete sonst gekommen wäre, wäre die Tapete mit allem, was drauf ist, runtergekommen. Im Runterkratzen kam, also mir angeregt durch Herrn Nielichter, die Idee, oh, einen Teil lassen wir doch hängen. Ebenfalls Teil des Kunstwerkes sind die aufgeklebten Buchseiten. Ich arbeite ja ganz viel mit alten Buchseiten. Entweder direkt auf die alte Buchseite oder ich benutze sie als Hintergrund, wo da noch Lagen drüber kommen. Vier Wochen stehen den Künstlern für die Realisierung ihrer Werke zur Verfügung. Dann werden sie für vier Tage ausgestellt und danach muss der ganze Wohnblock einem Neubau weichen. Wenn die Häuser nicht abgerissen würden, hätten wir gar nicht die Möglichkeit. Ich finde es an sich schade, dass die abgerissen werden, weil ich die Wohnungen, was ich so gesehen habe, vom Schnitt finde ich die super. Nur, wenn ich abgerissen würde, könnte ich das nicht machen, ne? Also, wenn ich abgerissen würde, könnte ich das nicht machen.